Mitten in Solingen-Olix, direkt neben dem Hauptbahnhof, liegt die kieferorthopädische Praxis Dr. Hanschel. Unser Motto Style Your Smile nehmen wir wörtlich. Wir möchten, dass Sie sich in einem stylischen Ambiente und einer professionellen Praxisausstattung rundum wohlfühlen. Zu einer angenehmen Atmosphäre trägt unser freundliches Praxisteam bei. Unser Behandlungsspektrum reicht von der konventionellen Klammer bis hin zu modernsten Techniken wie unsichtbare Schienen oder Lingualbrackets. Praxis Dr. Rainer Hanschel, denn es ist nie zu spät für ein schönes Lächeln.